So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer ersten Folge Arma 3 mit Micha aka Beastpoint und Noxroh. Es hilft dir Hallo sagen. Hallo. Hi. Ja, die Cops kommen. Kannst ja auch gleich schön den Server vorstellen. Ja, keine Ahnung. Lolita. Ist das... Wieso flippst du den Heli? Wieso? Ich... Ist das dein Ernte? Dein Ernte. Dein Ernte, genau. Ja, dann loote mich schnell. Loote mal meine Sachen. Ah. Super, danke für die Knabe. Ja. Nimm alles. Dann respawn ich schnell. Mein Bild wird schwarz. Next. Ach genau, ich werde ein Rätseliges Geld auf den RTM bringen. Ja Leute, ich gebe dir ein bisschen Kleingeld. Hast du alles? Ja ne, er hat mich gerade wieder rausgetackt. Yay, so. Ja, ich habe alles. Aber jetzt, jetzt startet dieses Scheißteil auch. So Flo, kommen wir zum Marktplatz. Ich bin auf dem Marktplatz. Hm, da ist Hacker. Ja. Und ein zweiter Kopf. Jo, Hacker, ähm. Hacker, ähm. Du hast vorhin vergessen, dein Orca abzuschließen. Ja egal. Ja egal. Ne, weil da ist irgendwer mit weggeflogen. Nicht schlimm. Juck die nicht! Komm mal her Flo. Wo bist du denn? Hier, Crumpler beim ATM. Bist du das? Ja. Sollte reichen am Anfang, oder? Ein bisschen zu wenig, ne? Wo kann ich ein Auto kaufen? Beim Autohändler. Ja. Auch Arsch weit weg. Der ist einfach nur die Hauptstraße runter. Ja, hier vorne gleich. Wo weit. Voll weit, ey. Wenn du Westen entlangläufst. Ich habe mir da Markierung gerade gesetzt. Außen weg, ich muss ja lang, ich muss ein Auto haben. Jo, Bilo, was geht, Alter. Alles Ernte? Ja, Alter, du. Dein Scheiß Ernte, ey. Machst du das von Lukas? Hallo, ich finde der Tag echt krimmlich schön. An alle Spiele, Admins. Leute, wer fleißig... Leute, wer fleißig Leute dafür gibt es. 100k von uns. Ja. Nun dann. Machen sie heimlich Squats und so. Ich sehe so der A, also... Hm, ihr Hintern ist ziemlich... Schön. Hakarei. Also, Bilo, sie müssen wissen... Was kaufe ich mir denn mal, einen Offroader? Brauchen sie vielleicht mal neue Hose oder so. Dann kann ich ihnen was geben. Warten sie mal, ich gebe ihnen mal so eine stylische Brille. Warten sie einfach hier. Alter, bei mir fliegen die ganze Zeit Fruchtfliegen, weil ich mir gestern ein Erdbeershake gemacht habe. Ich schließe noch mal ein Auto auf. Was? Ich schließe noch mal ein Auto auf. Doch, das nehmen sie an. Sie haben es einfach gefunden. Hacker, er will meinen Model Rabatt, meine Business Brille nicht nehmen, sag ich mal was. Oh. Hä? Wie schließe ich noch mal ein Auto auf? X. Nein. C. V. X. Hä? Oh, falsche Brille. Micha! Ja? Wie schließe ich noch mal Autos auf? Oh. Achso, ja. Get in my truck. Man kann's nicht mehr reinstecken, heb dir einfach vom Boden auf. Das ist mein Model Rabatt. Nehmen sie es einfach an. Als Geschenk. Liegt hier. Hier vorne. Gucken sie mal. Unter mir. Hier. Wie kann man die denn übersehen? Achso, sehen sie doch schon besser aus. Ne Hacker? Ah. Ah Hacker, du hast ja auch keine Brille. Brauchst du wieder ein bisschen Rabatt? Bass. Was? Ach. Ach ja. Micha macht dich. Oh, ich hab alle Scheine. Ja, aber auch als liegt auf dem Boden. Bleibt. Nee. 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 Müsste es mal in der Regel machen, Alter. Alle Cops brauchen von mir eine Brille. Oder müssen sich so eine, hier, Aviator-Glasses holen. Aviation heißt das. Okay, gut. Dann hat der Server wenigstens ein bisschen Stil. Ach, nicht wenn du hier was machst. Also, Cops brauchen jetzt hier. Also ich muss Cops immer mit Brillen verkaufen, wenn ich einen sehe ohne. Ich bin bei IMDFK. Oh, es ist gerade mal 5 Uhr auf dem Server. Wo kann man eigentlich nicht gut Geld machen, außer bei Mechaschnorl? Keine Ahnung. Es ist jetzt immer Leute überfallen nur. Ich bin immer mit dem reißen Geld auch. Überfallen zwei Leute, überfallen sie. So bin ich auch groß geworden. Ach, beste Methode. Oh. 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 Was ist denn die Garage? Ah, ich höre den Heli, ist das der von dir? Ja, ja, ich habe den jetzt mal wieder. Ey, der ist ein Heli. Die Auserfindlichkeit ist ein bisschen zu hoch. Pass auf, dass der hier dich nicht gleich mit einem Ding rausholt, mit einer Sniper. Weil über Kavala schweben ist der nicht erlaubt. Und da der ja noch geklaut ist... Oho, passt schon. Läuft bei dir, Micha? Mhm. Ja, als mein Schiffchen Eistee gestrunken. Ich wurde gerade eben angerufen. Von Lukas? Nein. Keine Ahnung, nochmal unbekannt. Ein Nicht-Zurück-Rufen. So. Ähm, Flo, ich würde sagen, du gehst ein bisschen farmen, oder? So, fürst L. Na, warte, ich mache gerade was. Ich habe mir gerade ein Auto gekauft und jetzt kaufe ich mir noch eins, weil ich es kann. Und du mir zu viel Geld, okay. Kauf dir lieber einen Truck oder so. Ich habe einen Truck schon. Welchen? Äh, diesen Sprinter-mäßig. Der so Sprinter-mäßig halt ist. Sprinter-mäßig sagt mir auch voll viel. Ja, der halt mit Ladefläche. Ich will mir aber so einen voll fetten LKW kaufen. Nein, du hättest das Geld dazu. Ja, aber hier immer noch. Nix, Marc. Alter, wie weit ist der Trucker-Shop weg? Welcher abbringst du mich hier mit dem Truck-Shop? Ähm, warte, habe ich... Ja, warte, ich muss kurz meinen Off-Roader reparieren, weil... Kennst du ja, ne? Zerschießt du damit die Opfer den nicht klauen. Ich bin bei dem Marktplatz. Ja, ich operiere gerade. Ich höre einen Heli. Da war ein Heli gerade über mir. Bist du das gewesen? Ja, ja. Flieg mal voll in den Marktplatz rein. Nein, hör auf, das ist scheiße. Was kann man tun, wenn mehr draus sind? Hier, wo längst läufst du? Flo, hier. So. Äh, ja, geht einfach. Guten Tag. Äh, was los, der gar? Ich würde rauspacken, ich würde dich nicht überfahren. Ich würde dich nicht überfahren. Warte, kurz markieren. Wo ist denn der Truck-Shop? Da unten. Wo ist denn der Truck-Shop? Egal, wo ist denn der? Der ist, warte, du... Du bist auf der Map. Äh... Kla... Pa... Plan, Quadrat. Denkst du, ich gucke mir das an? Sag einfach ungefähr. Äh, beim ADAC einfach... Ein nach unten und dann, da ist er. ADAC Boots-Shop. Ah, da Truck-Shop. Also langsam habe ich einen Dreh raus mit dem Helikopter. Da oben ist er. Auf jeden Fall, der Server sucht noch Member. Flo, der famige YouTuber macht jetzt Werbung. Ohne Scheiß, ey. Das ist in den letzten Tagen übelst hochgegangen. Von 5 Abonnenten auf 20. Oh, Wahnsinn. Ey, das ist eigentlich recht Wahnsinn für YouTuber. Und wie viele Views? Keine Ahnung. Also insgesamt habe ich 200 Aufrufe. Weil Videos. Ich glaube, ich habe sogar mehr Abonnenten als Lukas. Lukas? Ja, und weil Lukas kennt ja eh die Hefte abziehen, weil ich das mit meinen alten Accounts alles bin. Ich habe auch unendlich viele YouTube-Accounts. Weil ich mir nie das Passwort merke. Ja, ich habe jetzt diese Option gefunden, dass man sich ja das Passwort speichern lassen kann. Ja, aber ich setze meinen PC jeden Monat neu auf, weil ich zu geiz. Ich bin mir ein Antivirus zu kaufen und nicht diese Free-Scheiße will. Dann setze ich den immer neu auf, damit ich einen Norton habe. Norton Security. Oder du kaufst dir mal einfach so eine Zeitschrift, da hast du ein Jahr dran. Aber das wäre zu einfach. Truckbox sagt Helmetransport 1,9. Sagst du gleich den Größenkauf, den Helmet? Ja, 1,9 Mille hast du nicht. Nee, scheiße, habe ich wirklich nicht. Wie fahre ich denn gerade mit? 2,42. Also ich könnte mir den Zammac kaufen. Ja, ich glaube, es wird der Zammac. Ja, hol dir, gönn dir. Aber ich will schwarz-weiß, grün-rot, orange-blau. Sie haben nicht genug Geld, um dieses Fahrzeug zu kaufen. Wie viel Geld hast denn du? Oh, das habe ich ja alles auf der Bank. Scheiße, ist hier irgendwo ein ATM in der Nähe? Du bist echt ein Mongo. Komm, Leute, ich fahre dich wieder. Alter, bin ich pleite, sehe ich gerade. Wie viel Geld hast denn du? Hey, ich habe 222 dabei. Achso, ja. Was? Ich habe 222. Handy. Ich brauche 227 und habe 222 dabei. Ah, Intelligenz-Bestier. Bist ein rechter Geschwäßt, habe ich gehört. Hey, ich bin voll witzig. Ich bin so witzig, als jetzt, wenn man mir auf mein Handy gucken muss. Weil mir Luca geschrieben hat. Wer hat dir geschrieben, Lukas? Nee, der schreibt mir zum Glück nicht mehr, das ist ja das Gute. Wenn er mich anschreibt, fragt er nur, ob ich Lust auf Battlefield habe. Aber ich habe gesagt, mit so einem schlechten Noob nicht. Der Typ, alter, sagt, nein, hör auf zu lästern, das ist kacke. Okay, wir hören auf zu lästern. Obwohl er ist scheiße, kann man ihn auch ins Gesicht sagen. Naja, tun wir auch, aber er misspillt uns dann voll und sein Monitor geht zum dritten Mal voller Spucke kaputt. Was wir vorstellen, ist doch schon das dritte Mal jetzt gewesen. Ausmenü. Get out. Aus. Jetzt hast du genug Geld mit, ne? Ja, müsste ich eigentlich. Ich habe 228 und der kostet 227. Nox, weißt du noch gestern? Du als Fahrer. Hey, einmal ein Fehler und du sagst direkt, ich bin immer schlecht. Bis jetzt war ich recht gut beim Fahren. Deswegen hat der auch Pommes direkt gesagt, ich bin eigentlich immer der Fahrer. Ich habe gedacht, der meint das ironisch. Okay. Soll ich mal fahren wie du, mit deinem ganzen Geld jetzt mit Flo? Soll ich mal so fahren wie er? Florian, hat mir Hallo geschrieben. Ja, ich hatte Langeweile. Flo, soll ich mal Auto fahren wie er eben? Nein. Ey, das ist halt der Hügel, das Hügel der Grauen. Das ist erlaubt. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, die ganze Fläche ist so frei wie jetzt und da steht nur ein Stein mitten auf der Fläche und er fährt voll gegen den Stein. Das wäre schön gewesen. Das wäre Lukas. Komm, du kannst auch noch nicht mal haben, hat drei. Also Flo, für jeden Member, den du werbst, kriegst du 100k vom Admin. Aber wieso sollte ich extra 100k haben? Ha, brauchst du nicht fahren. Nö, ich habe schon erfahren, wie man hier schnell Geld macht. Mich kennenlernen. Nö, andere Leute überfallen. Ja, geht. Leute überfallen macht man eher für Spaß, weil da kriegst du nicht so viel Geld draus, finde ich. Hältst, alles in ganz. Samark, was habe ich gesagt, Samark, sonst bohr er ja nie. Weil wenn du stirbst, ist gleich alles weg. Der orange-blaue Samark. Den ich jetzt wegrambe. Nein, schau. Oh. Okay. Ich wollte dir den Weg freimachen. Ich rufe mich nicht an. Das war es dann auch erst mal mit der ersten Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ihr dürft auch Tschüss sagen. Ciao. Tschö. 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 Vielen Dank.